Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Roland MX-1 Tutorial. In dieser Folge werde ich euch zeigen, wie man die Abtastfrequenz oder auf Englisch Sample Rate beim Roland MX-1 einstellt. Es ist nämlich etwas anders als bei einem normalen Audio-Interface, wo man das nur im Treiber einstellt oder in der DRW. Hier muss man das im Gerät selbst einstellen. Das heißt, man kann es nicht im Treiber einstellen. So, dazu schalten wir das einfach mal wieder aus, schalten ein und drücken dabei Gain. Jetzt sind wir in dem Setup. So, dann auf BFX und hier sehen wir schon die Abtastfrequenz 44,1 kHz, 48 kHz oder 96 kHz. Und dann bestätigen wir mit Start-Stop. Der MX-1 startet neu und die Einstellung wurde übernommen. Dabei ist es eigentlich egal, was man hier über USB verbindet. Also die Roland-Geräte, die können unterschiedliche Sample Rate haben. Zum Beispiel die Boutique-Serie hat 44,1 kHz. Die Aira-Serie wie die TR8 hat 96 kHz. Das spielt alles keine Rolle. Hier wird alles intern umgewandelt. Und an die DRW wird immer das ausgegeben, was hier eingestellt ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.